ok er versucht ihn wenigstens zu töten nein er rennt immer vor ihm weg ok der ist jetzt wirklich berserk er rennt nämlich hinter anderen zwergen hier und versucht sie zu töten er hat einen erwischt und getötet na ganz toll also die migranten sind arme säue der bleibt einfach da seiner position steht und wenn ihm einer zu nahe kommt tötet er ihn ja genauso wie jetzt ja wir finden leute tod und die hydriert wir sind schon unter 50 trotz migranten ja genau sie haben es geschafft die zu töten auch gut überall tote zwerge ist nur die frage der zeit bis wieder und tote kommen was ist eigentlich hier troll blut ach so ja trolle blutenblau billy code ist ein bisschen vorweg das ding ist immer noch inaktiv kopf jetzt werden auch keine gemacht auch schön wahrscheinlich weil beide base meine architekten alle draußen sind ich habe da eine tolle idee wo ist der dorf therapist ich will mir jetzt gar nicht die laune der leute hat sehen ich will nur jedem architektur befehl geben es sei ein architektur to everyone so haben wir wieder im berserk erkennt was ich verpasst habe joker hat gerade einen tantrum geworfen das ist nicht so toll wenn er als nächstes dann wir haben wieder viel viel trinken unsere brauer sind also schöner der arbeit wenigstens etwas aber ansonsten ist das furchtbar dehydrierte zwerge tote zwerge melancholie und überall miasma wenigstens habe ich hoffentlich jetzt wenigstens jemanden der sich um die brücke kümmert nachdem ich allen architektur gegeben habe die zwerge draußen kommen nicht rein die zwerge drin kommen nicht raus und ich brauche meine meistens drin dass sie die coffins bauen weil ich habe begeistert die uns heim suchen das macht das ganze nur noch viel schlimmer ja gut schlimmer kann zeitig gleich werde ich gehe eigentlich davon aus dass ein haule zum berserker wird ja da oben ja da oben squad kill kill den da so er hat wieder einen hund getötet er tötet weiter hunde er tötet hunde im miasma ein expo ist dehydriert der letzte expo da drin der versucht gerade ihn zu bekämpfen habe ich glaube der expo überlebt es nicht so wäre es jetzt billy goat und wir haben zwei expo da drin militär ach so einer ist verdurstet den haben wir jetzt erst gefunden er der wurde von melancholie geplagt so die expo die schlagen jetzt mit ihren armen brüsten auf ihn ein gezähmte hunde wurden tot gefunden ja berserk andet und der hauler wurde niedergeschlagen ja noch 43 zwerge bis zum untergang aber die brücke ist fertig sehr schön ja los rein mit euch du tust wahrscheinlich die leute heim suchen oder ja wunden kannst du natürlich keine haben und auch nichts im inventar so macht mir bitte kopf wenn sie muss die geister zur ruhe betten und es gibt leute die tantrums werfen ja sehr schön so du kannst doch für spiel genutzt werden seht euch das an blutige tische überall hunde leichen sechs eitlers hier animal has come down wenn wir so mit dem einen bogen schützen equipment mismatch auch so und wir haben ein mandat wer da muss ja warum nicht ist ja nicht so als ob das vor tod ist wer liegt eigentlich hier irgendwer zwergenblut ok da ist ein zwerg gestorben in der ecke nicht so schön werden kopfes gemacht ich hoffe es werden kopf jetzt langsam hergestellt und ich hoffe weil sie reißt nicht schon wieder brücken von mir ab ja leute die tod gefunden worden 42 zwerge 42 ist eine tolle zahl nee kopf jetzt sind zurzeit nicht aktiv was machen meine meistens place item in tom ok achte das macht der captain of the guard joker trinkt ja ok ist verständlich und andere meistens haben wir leider nicht gut ich könnte jetzt auch jede wird die base befehl geben masonry to everyone die särken müssen nicht unbedingt schön sein wir müssen bloß die toten reinkriegen bevor die hier überhand nehmen so ja weil es werden kopf jetzt jetzt hergestellt ja genauer geist soll kommen kopf jetzt herstellen werde ich mir mal kurz ja die meisten sind rot wir haben nur noch einen grünen zwerg der happy ist der happy ist wer ist denn das einer meiner fischer ja ich guck gerade im therapist mal kurz wir die laune der leute an also wir haben nur noch einen einzigen zwerg über 100 happy glücklichkeit also nun ist das niedrigste was ist so passiert gerade eben geht es an durst gestorben joker wirft wieder tantrum ja wir sind auf 40 zwerge runter gesagt sehr schön was sagen meine sagt beim militär wir haben immer noch die drei schützen wir haben aber wirklich niemanden mehr was machst du jetzt mit dem toten ach du tust die beerdigen hat er groß die märchen wurde zu west gebunden und der andere auch sehr schön einer meiner mechanics ist gerade am dust gestorben jetzt habe ich nur noch ein mechaniker optimal blut blut und leichen und noch mehr blut und zeug und eine unterhose mason ist hat sich beruhigt aber schon wieder joker ja eine elfenkarawane eine elfenkarawane das können wir jetzt gerade noch gebraucht und wo wollen die überhaupt wir haben keinen weil force of darkness wo ist die wei force of darkness wir haben hier steht in wei force of darkness es erreicht aber ich sehe keine wei force of darkness was was eine gezähmte ratte ja was auch immer ich will sich wissen ich wollte jetzt aber gerade hier steht es steht in den nachrichten dass er wei force of darkness erweiter ist ja genau wei force of darkness aber ich sehe keine wei vor sich bei der anzeige weil die brücke wieder weg ist da 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 ich sehe einen dwarfen töten ihn okay die zwerge außerhalb sind tot und es ist nicht aber es ist ein ambush auch wenn es nur kleiner ist es sind genug um die zwei außerhalb zu töten Ja, und wir können nichts dagegen tun, weil die Brücke weg ist. Was wollen die da unten? Ach, die jagen den da. So, der ist auch tot. Äh, Kind tot. Wir könnten jetzt das Fortress immer noch entbänden. Mach ich allerdings nicht. Ich baue lieber die Brücke wieder auf. Aus Konglomerat. Was sagen meine Zwerge? Die sagen, es sieht richtig kacke aus. So, wo sind die? Die sind gerade hier. Oh, sie gehen wieder hoch. Hauen sie ab oder wollen sie jagen? Oh, ich habe übrigens da oben Zwerge. Oh, sie sind da oben. Die Zwerge, die sich da oben versteckt haben, wurden jetzt gerade niedergebracht. Die benutzen so in Verteidigung gegen uns. Nicht so schön.